So, morgen können Sie mal wieder so richtig kräftig durchatmen, denn die Wolken haben ein Einsehen und meldern die Kraft der Hitzesonne. Der Montag startet mit 20 bis 25 Grad mit Wolken und immer wieder etwas Sonne, aber mit der Gluthitze ist es erst einmal vorbei. Im Tagesverlauf zieht der Himmel bei rund 28 Grad am Mittag dann zu, am Spätnachmittag und am frühen Abend gibt es 29 Grad. Gewitter sind wahrscheinlich. Auch der Dienstag bleibt ohne große Hitze. Der Himmel ist bei 28 Grad Höchstwerten zumeist bedeckt. Am Mittwoch schnellt das Thermometer dann wieder bei viel Sonne und nur wenigen Wolken auf bis zu 33 Grad. Und auch der Donnerstag wird mit 34 Grad wieder heiß. Die sinkenden Temperaturen sind wohltuend für unseren geschlauchten Kreislauf. Auch Asthma-Patienten und Migräne-Geplagten geht es dann wieder viel besser.